Ich bin Martina Götz, Repräsentantin des Hauses Daedalus und freue mich heute hier auf der DEMEA am ersten Tag unser Bühnenprogramm vorzustellen. Bei uns dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema KI, also künstliche Intelligenz, konsequent integriert. Wir sehen hier gerade den Vortrag zum Thema Prozessoptimierung vom Rettungsdienst über die zentrale Notaufnahme bis zur Station. Daedalus ist auch mit seinen Tochterunternehmen hier vertreten. Wir stehen hier gerade bei der Dosing GmbH in Heidelberg, ansässig einem Experten-Team, welches sich besonders mit Arzneimitteltherapie, Sicherheit und Medikation auskennt. Bis zum nächsten Mal.